Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Allegiant. Ja, heute alleine, weil ich ein bisschen die Solo-Quests hier weitermach und zwar die Schamanen kam... Was ist denn das für ein Ding? Ich habe womöglich einen Schlüssel gefunden, der das Herzenslicht anschl- Ja, das will ich aber noch nicht machen. Das will ich ja noch gar nicht machen. Äh, Anhänger im Gange. Äh, ja. Ist noch im Gange. So, der Herange. So, hör jetzt auf mir zu folgen, Katka! Äh, so, Feinde in der Luft. Klassen-Unhandelspiel. Karte, Feinde aus der Luft, Mission, eine Reihe, Donerans, Feinde abgeschlossen. So, hier, der kann mir nochmal einen Segen geben hier. Und, ähm... Los, los! Der ist noch nicht ganz fertig damit. So, okay, äh... Anhänger. Hm. Die hat aber auch nochmal eine Quest für uns. Euch erwartet eine Leckerei. Eine Flamme... Eure Flamme brennt heute hell, Sunri. Eine Vision des Triumphes. Sunri! Eure Kraft- und Führungsqualitäten sind eine Inspiration für uns alle. Der Irdenring möchte euch eine komplette Rüstung für den Kampf gegen die brennende Region zur Verfügung stellen. Erweitert euren Einfluss auf den Rest der fährten Insel. Dann ist der Sieg eines Tages unser. Nehmt ein Geschenk von den Irrenringen an. Eine sichere Reise. So, nehmen wir doch... Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Damit haben wir dann die Quest, äh... abgeschlossen, oder was? Das bringt die Meisterschaft, bringt die nix. Aber alles andere ist die sehr gut. Das heißt... 7.83. Cool. Ähm... Der kann ich doch... Kann ich dir auch was verkaufen? Der kann ich doch auch was verkaufen, oder? Nein, ich will was verkaufen. Darum zerstören hier. Äh... Mhm, mhm, mhm. Blotte... Das ist eigentlich eine 810er... Äh... Das will ich gerne noch behalten, weiterhin. Das wäre nämlich, äh... Echte Blöde. Mhm, mhm, mhm. Hier. Knochen brauch ich nicht. Da brauch ich auch nicht. Das kann ich dann nach unten legen und... Alter, die Blöden fliegen! Die gehen mir auf den Geist! Möge euch diese... Möge euch diese... Wir haben noch Artefaktmacht, die wir vergeben können. Die können wir vergeben. Verkebt mir... So, Moment. Das darüber. So. So, ähm... Geh ich denn jetzt noch in die richtige Richtung? So. Gebt nicht auf! Dem Herzen von Aetherroth wohnt große Macht inne. Unmöglich kann man alle Elemente Aetherroths nirgendwo näher sein als da, wo wir jetzt stehen. Champion Nobundon. Als Anführer seid ihr in dieser Zeit der Krise eine Inspiration gewesen, Scharfseher Tsunri. Es war wirklich eine Ehre mit euch gemeinsam, die Reise durch die Himmelswald zu unternehmen. Obwohl es hier viele Dinge gibt, die meine Aufmerksamkeit bedürften, wäre es mir eine Ehre erneut an eurer Seite zu kämpfen. Solltet ihr also meine Hilfe jemals wieder benötigen, könnt ihr mich... Äh, könnt ihr über mich verfügen. Ihr werdet diese Anhänger gewinnen. Cool. Bis dann. Ich werde euch führen, so gut ich kann. Erinnert euch. Cool, jetzt haben wir noch einen neuen, äh... Alter, geh weg von mir. Ich will das nicht. Höhe auf, geh weg. Ich kann hier nicht auch irgendwie die... Hä? Geh weg von mir, Katka! Hör doch mal auf! Komm, heil mich da. Ja, ich will jetzt aber nicht gehen. Lass mich doch mal in den Hut, Katka, geh weg. Geh weg, Katka. Geh weg. Wie kann ich euch dienen? Der Windlord hat mir befohlen, den Irdenring bei seinem Kampagne gegen die Brennlegion zu unterstützen. Lorde Donneran erkannte großes Potenzial in euch, Scharfseher. Als Dank für eure Hilfe bei seiner Rückkehr als Windlord hat er euch mein Dienst hier im Reich der Sterblichen gewährt. Wenn die Zeit für den Kampf näher rückt, werden die Armeen des Himmelswalds hinter euch stehen. Ihr werdet diesen Einleger gewinnen. Cool. Dort, wo der Wind ist, bin auch ich. Das, äh, finde ich gut. Das finde ich auch sehr praktisch. Ähm. Verfügbare Agrars Anleitung. Aha, aha, aha. Aber die sind alle so ein bisschen orange. Orange. Was kann ich denn? Damit kann ich gar nichts machen, ne? Kann ich denn hier die... Ah, cool. Die hab ich ja jetzt gekriegt. Kann ich die denn dann auch auf, äh, Missionen schicken? Artefakt macht. Äh. Achso, nee, Moment. Der Wind hat mir eure Namen zugeflüstert. Was kann er denn? Ihr braucht wohl Hilfe, oder? Ja, eigentlich schon, aber jetzt glaub ich nicht von dir gerade. So, Missionen starten. Boah, das ist so viel. Wir haben nur noch 650 Ordens, äh. Auch hier ist irgendetwas. Ein bisschen Schlüssel, einfach was? Aha. Wie fies und gemein. Wie fies und gemein. Ja, würd ich ja machen. Wer ihr seid denn? Alles klar, wie geht's denn so, Mann? Ich würd ja gerne... Die Elemente rufen. Stamm ist nicht mehr. So ne, wie wär die Kataklysmon... Feuerproben will ich aber gar nicht. Seid gegrüßt. Alter, der Kataklysmon, der folgt mir einfach, ist es, äh... Ah, das Ende der Region rückt nicht. Wie geht's? Okay, die haben wir alle. Bleiben auf dem Boden. Sprecht mit mir. Die haben wir auch alle. Ich dachte, wir kriegen hier vielleicht noch irgendwie weiterhin, äh... Ressourcen, oder so. Ich bräuchte nämlich unbedingt nochmal Ordensressourcen, aber ich kann dieses Spiel hier einfach gar nicht. Ich krieg die Spiel gar nicht hin. Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Naja, geht so. Okay, wir müssen schon so ein bisschen alle Totems aus dem Wasser sind. Wie soll das gehen? Äh, gibt's dafür... Hat jemand dafür die ideale Lösung? Ich kann doch echt nicht. Alle saß noch gut aus und dann nach... Jetzt nicht mehr. Die weg Katka! Ich muss hier ne'n Quest machen! Oder ne'n Aufgabe erfüllen. Ich kann das einfach nicht, äh... Ich schaue gar nicht hin, ne? Ich weiß nicht, wie geht, äh... Ich weiß nicht, wie geht, äh... Bis alle nur noch aus dem Wasser sind... Sondern das gehen, äh... Geh' nicht hin. Oh... Geh' nicht hin. Geh' nicht hin! Bin zu dämlich dafür! Äh-höh! Katka, geh' weg! Smiru Katka! Was ist das denn mit den Feinden hier in der Luft? Schließe vier Missionen Donnerans Feinde ab. Mission in der Reihe Donnerans. Klicke, um Quest-Details zu sehen. So, schließe vier Missionen. Binden und Donneran hat den Vortex-Gipfel zurückerobert, aber nicht alle seine Untergebenen sind... Ihren neuen, äh... Anführer wohlgesonnen. In seinem Königreich gibt es immer noch Unruhen und scheinbar sind wir... Ja, gut, könnten wir vielleicht gleich mal machen. Sagt, was ihr denkt. In der Vergangenheit habe ich meinen Ehemann Goel... So, auf dem Weg der Schamanen geführt. Aber bei seinen nächsten Prüfung ist er auf sich allein gestellt. Was ist mit euch? Was ist euer Weg? Werdet ihr zu eurer Naturgewalt entwickeln, die alle ihrer Feinde... Aha. Erweiter deinen Horizont? Ihr lernt schnell, schafft sie jetzt. Und Marie, die Elemente sprechen durch euch. So eine Verbindung ist selten in der Welt. Wahre Schamanen müssen viele Pfade beschreiten. Für jede Rolle braucht es die richtigen Werkzeuge. Nun mit den mächtigsten Waffen können wir die Legion besiegen. Vielleicht ist es an der Zeit, einer weiteren zu suchen. Sprecht mit mir, damit wir... Die will ich ja nicht. Ich will noch gar nicht... Ein zweites Artefakt auszuwählen, das ihr suchen wollt. Ich will gar kein zweites Artefakt suchen, auch unglücklich. Betreten die Feuerprobe. Feuerprobe, Tempel, Null von einem Boss besiegt. Das ist, äh... Gut. Mists of Pandaria. Oh, Backe, äh... Ich werde so ablosen jetzt. Schwierig mit Rotum und Prüfen zu beginnen. Grüße. Seid ihr bereit, mit der Prüfung zu beginnen? Grundlagen, Schaden, Bronzen, beginnen? Willkommen in der Feuerprobe. Eure erste Prüfung beginnt jetzt. Besiegt alle Wellen von Illusionen, bevor die Zeit abläuft. Welche? Diese Illusionäre schlechter testet eure Offensivfähigkeiten. Keine Sorge, er ist armlos. Das ist wahrscheinlich noch der einfache Teil. Das ist wahrscheinlich noch der einfache Teil. Als Meister der Defensive wehrt der Illusionäre Wächter alle frontalen Angriffe ab. Bleibt hinter ihm. Hinter ihm? Ich hau einfach mal drauf. Das kann nicht verkehrt sein. Kleiner Illusionäre Wächter. Ja, kleiner. Äh, äh, äh. Äh, äh. haus schaltet sie mit flächen schaden ich habe nicht viel flächen schaden ich habe immer ein Ziel das hat sie einfach vor Augen halten H der nächste Wille oder die Wille kommt da jetzt schon die nächste ja da grüße willkommen in der feuerprobe eure erste prüfung beginnt jetzt besiegt alle Wellen von Illusionen bevor die zeit abläuft ja Diese Illusionäre Schlechter testet eure Offensivfähigkeiten. Ich versorge, er ist harmlos. Was hätte ich denn als Flächenschaden noch? Ich habe kein Ziel. Als Meister der Defensive, wehrt der Illusionäre Wächter alle frontalen Angriffe ab. Bleibt hinter ihm. Aha. Ich stehe in der falschen Richtung. Das ist aber nicht mehr. Oh, da wird er aber wieder knapp, ey. Alter, warum? Hä? Läuft er jetzt hier wieder nicht weg? Alter, das gibt es doch nicht. Gerade habe ich es geschafft. Alter. Warum? Grüße. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? So. Was ist das denn? Oh, oh. Für diese Prüfung müsst ihr mich vor Illusionen beschließen, während ich euch heile und eure Gegner erledige. Da kommen Illusionäre Reiser. Die sollten kaum eine Gefahr darstellen. Es sind dumme Schläger. Hilfe, macht sie weg! Ich bin kein Tank. Hö, sie, 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 sie. Ich brauche ein Ziel. Wenn ich jetzt schon verkackt, dann ist das aber... Grüße. Sehr schlecht. Oh. Was ist dann aber jetzt schon schlecht? Hilfe, mach sie weg! Ja, ich bin dabei, ey, was denkst du denn? Was ich schlaf hier, oder was? Oh, Wacke, das ist aber sowas von peinlich, ey. Grüße. Das war sowas von peinlich, dann, äh. Junge, Junge, Junge. Oh, Backe, äh. Ich... Was bin ich, der ich bin? So. Illusionäre Wildbeuter. Lasst euch nicht von ihren niedlichen Gesichtern reinlegen. Zusammen können sie viel Schaden anrichten. Hilfe, macht sie weg! Ja! Halt die Klappe! Wenn die Alte verregt mir jetzt... Ich kenne mein Glück doch. Ich bin besiegt. Vielleicht sollte ich nächstes Mal mehr Heilkräuter mitbringen. Ja, das wäre vielleicht besser, dass ich... Ah, Alter. Abzeichen. Bin Verstärkung. die was anderes bin ich ja ich bin nicht jetzt nicht spezialisierung ich bin verstärkung eigentlich eigentlich verstärkung schaden ja toll elementar zauberwirken die sich in zerstörerische kräfte der natur und elementare die mehr beweglichkeit dass das zauber wie mehr intelligenz heilung will ja nicht elementare und das verstärkungen totem das totem tische krieger die ihre gegner mit waffen und inventarkräfte zerstrecken bringen zauberwirker die sich jetzt zerstörerische kräfte der natur elementar untertitel heiler die an angeistern aber größe schaden ja eure erste prüfung beginnt jetzt ja sie gibt alle wählen von illusionen ja zeitabläufe ja 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 eure offensiv keine sorge er ist das geht auch noch schnell ein relativ wie es sagt geht er noch schneller ich bin aus astraler rückruf und als Meister der Defensive der Illusionäre Wächter alle frontalen Angriffe ab bleibt hinter ihm so alter die zeit rennt schon wieder das gibt's nicht das ist doch echt zum zum heulen er aber peitsche reinigen zorn der luft passiv passiv ja ich habe aber keinen flächen wirklichen flächenschaden habe ich ja eigentlich nicht eigentlich habe ich ja keinen flächenschaden so ja alter greift doch mal an was soll denn der scheiß das ist es ist es so einer sondern die denn jetzt das Es ist nicht so weit entfernt. Boah, Alter. Der letzte Wälle wird bestimmt schon was heftiger, oder? Oh, der lebt ja immer noch. Alter. Äh, da ist ja noch einer. Habe ich gar nicht gesehen, ey, alter, alter, alter. Nein, ey, kurz vorher. Ah, es darf nicht wahr sein. Ey, es ist doch echt nicht. Alter, Alter. Grüße. Komm ich denn wieder zurück? Freundin, der Krummel macht nie ein gutes Geschäft. Ah. Ich versuche es jetzt einmal noch. Willkommen in der Feuerprobe. Eure erste Prüfung will jetzt besiegt alle Wellen von Illusionen, wenn die Zeit abläuft. Diese Illusioniere schwächter testet eure Offensivfähigkeiten. Keine Sorge, er ist an uns. Ja, der ging ja noch. Weißt du, der ging ja noch. Die anderen sind das Problem gleich. Äh, da war der in der Mitte, ne? So, pass auf. Jetzt. Eins, zwei. Das Meister der Defensive wehrt der Illusioniere Wächter alle frontalen Angriffe ab. Bleibt hinter ihm. Hinter ihm, das ist hier. Hier ist hinter ihm, ne? Hä? 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 Wartein geht's. Alter. Ich habe keinen Flächenschaden, das ist das Problem, aber ich habe. Ich habe keinen Flächenschaden, das ist das Problem, aber ich habe. Da bin ich in der Mitte. Ich habe keinen flächenschaden, das ist da wärstenswert. Es hat mich in der Mitte zu erhöht. Oh ja leider gealter da sind ja noch wenn er aber funktionieren sollte dann bitte jetzt da Alter. Was macht der jetzt? Außer der gerade nicht verwecken will. Verrigg, Deinlich, Verrigg, Verrigg. Sprecht mich an, um eure nächste Prüfung zu erhalten. Näh. Was? Was? Oh, fucking nein.